Nachdenkseiten. Die kritische Website. F.A.Z. Dümmlich akademischer Rentenzynismus. Von Werner Rügemer. Zwei Professoren plädieren für die Erhöhung des Renteneintrittsalters und hetzen Rentner gegen noch Beschäftigte auf. Die Mehrheit der Beschäftigten und Selbstständigen, auch der Jungen, lehnt aber die längere Lebensarbeitszeit ab und fordert höhere Löhne. Alternativen für ein demokratisches Rentensystem. Die Unternehmerpostille F.A.Z. veröffentlichte am 9. Juni 2023 den ganzseitigen Artikel Renten stabiler als gedacht. Dafür holte sie zwei hochrangige Wissenschaftler. Senior Economist Benjamin Bitschi vom Institut für Wirtschaftsforschung WIFO in Wien und Prof. Bertolt Wigger vom Karlsruher Institut für Technologie KIT. Beide werden mit ihren erfolgreichen Karrieren in diversen Universitäten vorgestellt. Wigger noch als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium. Die Idylle wird durch ein großes Bundfoto untermalt. Ein Rentner in Sommerkleidung räkelt sich bequem im Gartenstuhl unter den hohen Bäumen des Kurparks Bad Füssing. Im Interesse der vielen Neurentner. Beschäftigte sollen länger arbeiten. Die Rente, so die Behauptung der beiden FAZ-Akademiker, ist stabil. Für die Stabilität der Rente und für die Stabilität des Konsums im Rentenalter müsse lediglich die Lebensarbeitszeit verlängert werden. Und diese notwendige Erhöhung des Renteneintrittsalters lasse sich umso leichter durchsetzen, weil jetzt und in den kommenden Jahren immer mehr Babyboomer in Rente gehen. Damit erhöhe sich logischerweise die Zahl der Rentner und die haben natürlich das existenzielle Interesse, dass die Renten stabil bleiben oder möglichst noch steigen. Wissenschaftliche Schlussfolgerungen der beiden FAZ-Professoren. Die jetzigen Rentner selbst und die zahlreichen Neurentner sind die besten Unterstützer für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Denn dann zahlen immer mehr Beschäftigte immer länger und mehr in die gesetzliche Rentenkasse ein. Das gelte für Deutschland wie auch für viele andere Länder. Dezenterweise nennen die beiden Autoren keine Zahl. Das Renteneintrittsalter von jetzt 67 auf 70 Jahre erhöhen, beispielsweise, das lassen sie offen. Die konkrete Zahl 70 nennen allerdings ihre geistig-kapitalistischen Verwandten schon seit einiger Zeit. So in Deutschland BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf. Auch der CDU-Wirtschaftsrat, aktuell der ökonomische Chefberater des FDP-Finanzministers, Lindner, Prof. Dr. Dr. Lars Feld, der zugleich Vorsitzender des Beirats des CDU-Wirtschaftsrates ist. Die Neurentner als politische Komplizen der Arbeitszeitverlängerung Bitschi-Wigger bieten sich als Berater der Politik an. Sie loben die jetzt kommenden vielen Neurentner aus den Babyboom-Jahrgängen ab Ende der 1950er Jahre als wichtige politische Komplizen für die angeblich notwendige Erhöhung des Renteneintrittsalters. So werde das politische Gewicht der Rentner wie beschrieben in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Zwar dürften sich die Erwerbstätigen gegen ein höheres Renteneintrittsalter zu wehren versuchen, ihr politischer Einfluss auf das Renteneintrittsalter wird aber tendenziell geringer sein als in der Vergangenheit. Das ist doch auch ein passender Vorschlag für die wählermäßig abdriftenden Christenparteien, nicht wahr? Ja, traditionell werden die unchristlichen Kapitalparteien vorwiegend von alten und Christenmenschen gewählt. Der im Versuch der Erneuerung begriffene CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat ja schon überlegt, das Christliche zieht nicht mehr, die Kirchen leeren sich und der sexuelle Missbrauch nagt am Image. Sollen wir das C im Parteinamen nicht lieber abschaffen? Merz zögert, er hat noch keinen überzeugenden Ersatz gefunden. Da kommen doch die neuen Babyboomer-Rentner als neue Stütze gerade recht, oder? Also das C durch das R ersetzen, die neue Rentnerpartei. Oder besser noch die neue Babyboomerpartei, also BBR-Partei. Gute Idee, Herr Merz? Das Tabu im Demografie-Klischee. Sinkende Arbeitseinkommen. Die beiden FAZ-Akademiker beschwören das seit Jahren von der Kapitallobby behauptete Demografie-Problem. Steigende Lebenserwartungen und geringe Geburtenzahlen gefährden das gesetzliche Rentensystem. Denn immer mehr Rentner müssen von den Einzahlungen von immer weniger Beschäftigten leben, so das wissenschaftlich unterstützte Klischee. Doch da wird genau die zentrale Ursache des Rentenproblems zugedeckt, verschwiegen, geleugnet. Das sinkende Arbeitseinkommen. Denn je niedriger die Arbeitseinkommen, desto niedriger sind die prozentualen Einzahlungen in die Rentenkasse. Seit dem Ende des Sozialismus musste das bisher so schöne, reiche westliche Schaufenster mit Wohlstand und zumindest annähernder Vollbeschäftigung nicht mehr so schön und reich geschmückt werden. Die Arbeitseinkommen wurden gesenkt, schrittweise oft unmerklich. Zuerst wurde Ostdeutschland, also die Ex-DDR, deindustrialisiert und verarmt durch westliche Investoren. Und seit etwa dem Jahr 2000 wird Westdeutschland deindustrialisiert und verarmt durch US-Investoren. Und das jetzt noch beschleunigt durch die US-geführten Maßnahmen für den Ukraine-Krieg. So stagnieren seit 1990 die durchschnittlichen Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten, gemessen an der Kaufkraft. Für eine Minderheit stiegen die Einkommen leicht, für die Mehrheit stagnierten sie oder sanken ab. Während die Besserverdiener wie Bitschi Vigga und die Investoren immer mehr verdienen. So wurde mit den vier Harzgesetzen der SPD-grünen Bundesregierung bekanntlich der größte Niedriglohnsektor der EU gestartet und unter der sich christlich lackierten Dauerkanzlerin Merkel und mithilfe der EU noch weiter ausgebaut. Mini-Jobs, befristete und Teilzeitarbeit, erweiterte Leiharbeit, migrantische Aushilfsarbeit, neuerdings noch mit weithin rechteloser, teilweise sogar vertragsloser Plattformarbeit, Liefer-, Taxi-, IT- und weitere Dienste. Nicht nur christliche Gewerkschaften helfen bei niedrigen Tarifabschlüssen, Bedeutungsverlust und Anpassung der Gewerkschaften nähern sich US-Verhältnissen an. Das frühere Ziel der Vollbeschäftigung wurde im Dienste der neuen Investoren aufgegeben. So werden Niedriglöhnerei und unfreiwillige Arbeitslosigkeit in verschiedenen Formen miteinander kombiniert. Erzwungene Teilzeitarbeit, zwischenzeitliche Arbeitslosigkeit, Dauerarbeitslosigkeit mit niedrigen oder kleinen Rentenbeträgen. Diese Arbeitspolitik trifft auch die Normalarbeitsplätze. Die jährlich offiziell erfassten etwa eine Milliarde Überstunden werden von den Unternehmen nicht bezahlt, bleiben ohne Arbeitseinkommen und ohne Rentenbeitrag. Deshalb werden mögliche Arbeitsplätze nicht geschaffen, Arbeitslosigkeit und Rentenarmut werden gefördert. Mit der Digitalisierung werden die unbezahlten Überstunden noch ausgeweitet. Deshalb wehrte sich nicht nur die Merkel-CDU-geführte Bundesregierung, sondern es wehrt sich auch die gegenwärtige Scholz-SPD-geführte Bundesregierung verbissen, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH von 2019 einzuhalten, wonach die Unternehmen alle geleisteten Arbeitsstunden rechtssicher dokumentieren müssen. Nein, mehr Arbeiten ohne Bezahlung und ohne Rentenbeträge und noch mehr Arbeitslose. Merkel von der Leyen. Rentenbeitrag für Arbeitslose gestrichen. Am stärksten leiden unter dieser Verarmungspolitik die Arbeitslosen. Für Hartz-IV-Empfänger wurde der anfänglich noch gezahlte Rentenbeitrag dann unter Kanzlerin Merkel ersatzlos gestrichen, und zwar unter direkter Verantwortung der damaligen Arbeitsministerin namens Ursula von der Leyen, der heutigen Präsidentin der Europäischen Kommission. Von all dem haben die FAZ-Wissenschaftler noch nie was gehört. Vielleicht haben sie das doch schon mal gehört, ist ja eigentlich alles leicht mit einem Klick auch im universitären Büro abrufbar. Die schlecht bezahlten wissenschaftlichen 450 Euro Hilfskräfte sind dabei sicher gern behilflich, jedenfalls wenn sie solche Aufträge kriegen würden. Gegen alle Fakten halten sich Bitschi Wigger verbissen an ihr vorgegebenes Klischee. Über die Arbeitseinkommen und die Arbeitsloseneinkommen und deren Niedrigst- und Nicht-Rentenbeiträge wird nicht gesprochen. Von den immer zahlreicheren zwischenzeitlich oder dauerhaft in ihre osteuropäischen oder sonstigen Herkunftsländer zurückkehrenden Wanderarbeiter, der häuslichen Pflege, der Haushaltshilfe, der saisonalen Landwirtschaft, der Gastronomie, der Prostitution, der Baustellen, der Sicherheitsdienste und so weiter ganz zu schweigen. Deutsche FAZ und Unternehmerrentenpolitik muss sich um diese billigen, schweigenden und lautlos verschwindenden Dienstleister nicht kümmern, nach dem Motto, wir sind gute Europäer. Die FAZ-Autoren haben aber schon mal irgendwie davon gehört, dass es Beschäftigte mit körperlich besonders anstrengenden Berufen gibt. Die könnten ein Argument gegen die noch weiter verlängerte Lebensarbeitszeit sein. Dieses Phänomen spießen Bitschi Wigger mit dem Klischee-Stichwort Dachdecker auf. Im Prinzip gestehen sie zu, ja, solche anstrengenden Tätigkeiten gibt es, aber, so Bitschi Wigger, man soll nicht übertreiben. Denn bekanntlich seien in Deutschland drei Viertel aller Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich beschäftigt. Deshalb? Das Argument eines körperlichen belastenden Berufs trifft damit für die meisten Beschäftigten gar nicht zu. Denn so wurde es ja von der herrschenden US-Soziologie schon vor Jahrzehnten vorfabuliert und von der bundesdeutschen Wissenschaft folgsam übernommen. Aus der Industriegesellschaft ist eine Dienstleistungsgesellschaft geworden. Und Dienstleistung klingt modern und soll heißen, die körperlich schwere Arbeit alter Art gehört der Vergangenheit an. Falsch. Fake. Kapitalideologie. Zu Dienstleistung wird zum Zweck der einkommensmäßigen Deklassierung immer mehr körperlich und oft zusätzlich seelisch anstrengende, auch überanstrengende Arbeit gezählt, zudem meist auch schlecht bezahlte Lkw-Fahrer, Uber-Taxifahrer, Altenpfleger, Krankenpfleger, häusliche Pflegerinnen im 24-Stunden-Betrieb, Paketauslieferer, Postboten, Straßenreiniger, Abfallentsorger, Lagerarbeiter, Hausmeister, Reinigungskräfte, Billigprostituierte aller Geschlechter, private Sicherheitsdienstleister, Polizisten, Gebäudereiniger, Verkäufer, Köche, Haushaltshilfen, Essens, Getränke, Medikamenten und Supermarktauslieferer, vertraglose Gig-, Klick- und Crowdworker, Solo-Selbstständige, Schein-Selbstständige, Kulturmitarbeiter und so weiter. Alles Dienstleister. Richtig daran ist, sie dienen in modernisierter Form und werden schlecht bezahlt. Davon haben unsere Dachdecker-Klischee-Wiederkäuer auch noch nichts gehört. Jedenfalls verleugnen sie das FAZ-gefällig. Für den irgendwie doch noch existierenden Restbestand körperlich anstrengender Tätigkeiten stellen Bitschi-Wigger aber Hoffnungen in Aussicht. Erstens sei zu erwarten, dass Arbeitgeber hier mehr tun werden als in der Vergangenheit, um für ältere Beschäftigte attraktiv zu sein. Was das sein soll, bleibt im Nebel. Vorschläge machen Bitschi-Wigger nicht. Ihnen geht es ja auch nur um die älteren Beschäftigten, nicht um die Mehrheit. Und für diese Älteren, was machen Arbeitgeber bisher? Sie nutzen die Rentenarmut von immer mehr Rentnern und Rentnerinnen über 70, über 75 und sogar über 80 Jahren, damit die ihre Armutsrenten durch billige Nebenjobs aufbessern und damit die Arbeitgeber keine teuren Normalarbeitsplätze für Beschäftigte vor der Rente schaffen müssen. Im Jahre 2020 gingen 220.000 über 75-Jährige einem Nebenjob nach. Eine Verdoppelung innerhalb eines Jahrzehnts. Also noch mehr genauer zugeschnittene Teilarbeitsportionchen für arme Rentner statt fester Arbeitsplätze. Die zweite Hoffnung setzen Bitschi-Wigger in die Automatisierung. Sie biete, behaupten sie, Chancen für Entlastungen in anstrengenden und gefährlichen Berufen. Bisher machen die gelobten Arbeitgeber allerdings das genaue Gegenteil. Ob die Arbeitgeber jetzt reumütig umkehren? Wo doch beim alles beherrschenden Thema der Umwelt und der Nachhaltigkeit und der neuen Werteskala ESG die Nachhaltigkeit von Arbeitseinkommen und Renten gar keine Rolle spielt. Bitschi-Wigger verkünden ihre frohe Botschaft. Die Renten sind trotz mancher bisheriger Zweifel stabil. Es müsse ja nur das Renteneintrittsalter erhöht werden. Das ist natürlich Unsinn, faktenwidrig. Bei Leuten wie den beiden hochrangigen Wissenschaftlern, die es berufsmäßig besser wissen können und müssen, können wir auch von Lüge sprechen. Bitschi-Wigger sind Rentenlügner. Das zeigt sich an weiteren Fakten. Die sind mit einem Mausklick verfügbar. Die Standardrente vor Steuern, auch Eckrente genannt, betrug im Jahr 1990 in Deutschland 55% in Bezug auf die Standardregelung der 45 Entgeltpunkte und Versicherungsjahre und in Prozent des durchschnittlichen Jahresentgeltes. Diese Standardrente fiel wegen sinkender Arbeitseinkommen und versicherungsfremder Leistungen bis 2007 auf 51,9%. Dann wurde von der Merkel-geführten CDU-SPD-Regierung das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöht. Das hätte nach der FAZ-Bitschi-Wigger-Logik dazu führen müssen, dass die Renten stabil blieben. Blieben sie aber nicht. Im Gegenteil. Der Abstieg wurde beschleunigt. Schrittweise wurden die Renten bis jetzt auf schließlich 48,3% abgesenkt. Versicherungsfremde Leistungen Für die gesetzlichen Renten der gegenwärtig 21,4 Millionen Rentner werden in Deutschland jetzt 338 Milliarden Euro ausgegeben. Darin enthalten sind aber nicht nur die Kosten für die Verwaltung sowie für medizinische und berufliche Rehabilitation, sondern auch für versicherungsfremde Leistungen. Die gehen auf politische Beschlüsse zurück. Für die müssten die Regierungen eigene Haushaltsposten schaffen. Das tun sie aber nicht, ob sie von Adenauer-Brandt, Kohl, Schröder, Merkel oder Scholz geführt werden. Es ist ja politisch leichter durchzusetzen, wenn nicht wahrheitsgemäß in neue Haushaltsposten, sondern wenn Schattenhaushalte geschaffen werden. Und es ist oder scheint vordergründig billiger, das notwendige Geld aus der gesetzlichen Rentenkasse zu holen. Das verletzt aber die demokratischen Gebote der Rechtsstaatlichkeit und der Haushaltsklarheit. Diese versicherungsfremden Leistungen kommen sehr verschiedenen Rentnergruppen zugute. Ehemalige SS-Mitglieder im Baltikum, abgeworbene Spätaussiedler aus der damaligen Sowjetunion, Ex-DDR-Rentner, jüdische Opfer, früh verrentete Arbeitslose, zuletzt für die Mütterrente. Auch deshalb sind die gesetzlichen Renten so niedrig. Zusammen kürzten die versicherungsfremden Leistungen den Bestand der gesetzlichen Rentenkasse im Jahr 2020 um 66 Milliarden Euro. Das waren immerhin 22,9 Prozent der Rentenkasse, mehr als ein Fünftel. Dies wird von den FAZ-Autoren souverän bzw. blind übergangen. Das FAZ-Bitschi-Wigger-Demografie-Klischee besagt auch, die Zahl der Beschäftigten nimmt ständig ab. Falsch. Ganz falsch. Die Zahl der abhängig Beschäftigten hat nach der Wiedervereinigung stetig zugenommen. 1991 waren es 35,3 Millionen Arbeitnehmer. Heute sind es 41,6 Millionen Arbeitnehmer, also gut 6 Millionen mehr. Die professoralen FAZ-Wissenschaftler können nicht mal die einfachsten Statistiken lesen. Dabei wurde allerdings nicht das Arbeitsvolumen erweitert. Vielmehr wurde in der kapitalgetriebenen ostwestlichen Stagnation das gleichbleibende Arbeitsvolumen auf immer mehr Beschäftigte verteilt, in immer kleinere Portionen. So verdoppelte sich der Anteil der Teilzeitbeschäftigten von 1991 bis 2019 von 18,5 auf 38,6 Prozent. Und die geringfügige Beschäftigung stieg von 7,7 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse auf 17 Prozent. Im Jahr 2022 hatten 7,5 Millionen Beschäftigte einen Minijob. Bis 450 Euro ab Oktober 2022 bis 520 Euro pro Monat. 5 Millionen davon im Hauptberuf. 2,5 Millionen im Nebenberuf neben dem Hauptberuf. Ebenfalls wurde die Leiharbeit erweitert. Zugleich mit der Möglichkeit, dass sie schlechter bezahlt wird als die gleichartige Arbeit in Festanstellung. Entweder durch einen Tarifvertrag mit einer meist christlichen Gewerkschaft oder durch die Festlegung im Arbeitsüberlassungsgesetz aus der Ära Merkel. In den ersten neun Monaten gilt kein Equal Pay, sondern erst danach, wenn die bisherigen Leiharbeiter notfalls durch neue ersetzt werden. Diese Entwicklung durch die vier Hartz-Gesetze und spätere Maßnahmen verrechtlicht und beschleunigt, bedeutet auch, die Arbeitseinkommen werden gesenkt, damit auch die Rentenbeiträge. Und die arbeitsmäßig allerärmsten, die 450 bzw. jetzt 520 Euro Jobber, haben die Wahl. Soll ich davon einen Rentenbeitrag abführen oder nicht? Die meisten entscheiden sich gegen den Rentenbeitrag, damit ihnen jetzt ein paar Euro mehr übrig bleiben. Die gesetzliche Rente ist aber auch aus weiteren Gründen nicht stabil. Immer mehr abhängig Beschäftigte gehen vorzeitig in Rente, seit zwei Jahrzehnten. Das hat viele Gründe. Unzufriedenheit mit der Arbeit und innerer Kündigung wegen Stress oder Sinnlosigkeit, wiederholte oder dauerhafte Arbeitslosigkeit, Schwerbehinderung, Muskel- und Nervenerkrankungen, Gliederschmerzen, Burn-out, schnell wechselnde Schichtdienste, wachsende Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort mit erhöhtem Zeit- und Kostenaufwand. Wenige können es sich leisten, freiwillig vorzeitig in Rente zu gehen. Die meisten tun es unter Zwängen, weil sie einfach nicht mehr wollen, nicht mehr können. Sie alle müssen dauerhaft Abzüge bei ihren Renten hinnehmen. Gegenwärtig bei 21,4 Millionen gesetzlichen Rentnern gibt es deshalb immerhin 8,4 Millionen Renten, die deshalb gekürzt sind. Im Durchschnitt gingen diese 8,4 Millionen Arbeitnehmer zwei Jahre und acht Monate vorzeitig in Rente. Pro Monat werden 0,3 Prozent abgezogen. Bei zwei Jahren und acht Monaten sind dies folglich 9,6 Prozent an Abzügen. Zu diesen Betroffenen mit lebenslang gekürzter Rente gehören 1,6 Millionen Beschäftigte, die wegen Arbeitslosigkeit vorzeitig in Rente gingen oder eben geschickt wurden, abgeschoben wurden. Weitere 1,8 Millionen Beschäftigte sind wegen verschiedener Krankheiten in vorzeitiger Erwerbsminderungsrente. Für die restlichen knapp 5 Millionen Frührentner macht die staatliche Rentenbehörde keine Angaben zur Ursache der vorzeitigen gekürzten Rente. Diese Entwicklung wird jetzt beschleunigt, wovon die FAZ-Autoren Bitschi Vigga bei ihrer Stabilitätsduselei offensichtlich auch keine Ahnung haben, nämlich durch die Deindustrialisierung aufgrund der Sanktionspolitik gegen Russland, wie auch durch die zeitenwendig intensivierte Anwerbung von jungen und billigen Fachkräften aus Brasilien, Indien, Mexiko und so weiter. Das bisherige Reservoir der Wanderarbeiter in den von der EU verarmten Volkswirtschaften Osteuropas ist weitgehend ausgepowert und die vorhandenen Arbeits- und Fachkräfte in Deutschland werden oder bleiben arbeitslos mit eingebauter Rentenkürzung. Seit 2005. Renten werden immer mehr besteuert. Gleichzeitig mit den vier Harz-Gesetzen hat die SPD-Grüne Regierung 2005 eine weitere Kürzung der Renten eingeführt. Die gesetzlichen Renten werden besteuert, nachgelagerte Besteuerung heißt das. Sie ist salamitaktisch auf 35 Jahre verteilt, bis 2040. Wer 2005 neu in die Rente eintrat, musste 50 Prozent des Rentenbeitrags versteuern. Jährlich wird der Beitrag um 2 Prozent erhöht. Bei Neueintritt im Jahre 2020 unterlagen bereits 80 Prozent der Rente der Steuerpflicht. Ab 2040 ist die gesamte Rente steuerpflichtig. Das trifft nicht die absoluten Armutsrentner, aber dann immer diejenigen, die eine höhere Rente bekommen. Also an den höheren Renten wird nachgelagert bis 2040 immer mehr gekürzt. Auch das haben Bitschi-Wigger nicht auf dem Schirm. Die Durchschnittsrente im reichen Deutschland unter der Armutsgrenze Wenn Mensch in Deutschland weniger als 1250 Euro netto im Monat an Einkommen hat, gilt Mensch als arm. Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche gesetzliche Rente 1152 Euro. Sie liegt also unterhalb der Armutsgrenze. Das bleibt auch so, wenn wir das nach Männern und Frauen und nach West- und Ostdeutschland aufschlüsseln. Die durchschnittliche Rente in Westdeutschland beträgt bei Männern 1218 Euro, bei Frauen 809 Euro. Ostdeutschland für Männer 1143 Euro, für Frauen 1072 Euro. Also alles unter der Armutsgrenze. Natürlich haben einige Millionen Rentner eine höhere Rente. Vier Millionen Männer und zwei Millionen Frauen bekommen zwischen 1100 und 1500 Euro. Also von knapp unter der Armutsgrenze und etwas darüber. Die höchste gesetzliche Rente bei knapp über 2400 Euro wird von 1,2 Prozent der Männer und 0,1 Prozent der Frauen erreicht. Die meisten Rentner im reichen Deutschland haben also eine Armutsrente. Das betrifft vor allem Frauen. 12,9 Prozent haben eine Rente unter 300, 21,8 Prozent zwischen 300 und 600, 23,7 Prozent zwischen 600 und 900 Euro, 23,5 Prozent zwischen 900 und 1200 Euro. Insgesamt bekommen also 81,9 Prozent der Rentnerinnen eine Armutsrente. Bei den Männern bekommen fast die Hälfte eine Armutsrente, nämlich 47,4 Prozent. Zusch! Für Bitschi-Wigger sind also Renten stabil, wenn sie erstens systemisch und dauerhaft sinken, wenn sie zweitens unterhalb der Armutsgrenze liegen, wenn sie drittens zunehmend besteuert werden und wenn sie viertens durch versicherungsfremde Leistungen zusätzlich verringert werden. Da hantieren zwei professorale Ökonomen mit einem tollen Stabilitätsbegriff, oder? Aber so kurios das klingt, stabil hat bei diesen von Staat und Privatwirtschaft korrumpierten Wissenschaftlern aber eine tatsächlich zutreffende Bedeutung. Sie lautet nur anders, verdeckt. Stabil für die Gewinne der Konzerne und für die wachsenden Einkommen und Rentner derer, die im Interesse der Aktionäre die Gewinne bei der nationalen wie globalen Ausbeutung der Beschäftigten und der Umwelt und so weiter herausholen. Je härter und brutaler die Beschäftigten ausgebeutet werden, desto höher müssen die dafür direkt Verantwortlichen belohnt werden, damit das klappt. Ist doch logisch, oder? Das ist Kapitalismus. Davon schreiben Bitschi-Wigger nie, weswegen sie in der FAZ beliebt sind, mit kleinem Nebenverdienst schon vor der Rente. Dazu kommen wir jetzt. Konzernvorstände mit 60 in Rente. Rente steigend. Bitschi-Wigger befassen sich populistisch nur mit der gesetzlichen Rente der abhängig Beschäftigten und geben das alles als allgemeines Rentenproblem aus, verschweigen aber die Renten der Besser- und Bestverdiener. Aber es gibt Rentner, deren Renten sind nicht nur wirklich stabil, sondern werden systemisch und langfristig erhöht, so wie die Renten der abhängig Beschäftigten gesenkt werden. Das betrifft zum Beispiel Manager, Beamte, Professoren, Offiziere, Bischöfe, also die systemrelevanten in dieser nach Arm und Reich geteilten Kapitaldemokratie. Und für diese wird das Renteneintrittsalter nicht erhöht. Renten heißen hier, wie bei den Beamten allerdings etwas vornehmer, Pensionen. Während sich BDI, BDA, Gesamtmetall und FAZ und Co. scheinbar ganz allgemein für die Erhöhung des Renteneintrittsalters einsetzen, praktizieren sie in ihrem eigenen Milieu das Gegenteil. In den DAX-Unternehmen können die Top-Manager ab dem 60. Lebensjahr in Rente gehen. Im Durchschnitt gehen sie mit 62. Da gibt es keinerlei Vorschläge für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Gleichzeitig werden die Renten erhöht, auch unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. 2023 geht der führende Angestellte des Konzerns Deutsche Post DHL AG, Frank Appel, in Rente. Und zwar gesundheitsschonend im zarten Alter von 61 Jahren. Eigentlich hätte er laut Vertrag schon mit 55 in Rente gehen können. Seine Rente beträgt ca. 1 Mio. Euro pro Jahr. Das wird von den zwei größten Aktionären unterstützt. Staat Deutschland, vertreten durch die Bundesregierung und der größte Aktionär des westlichen Kapitalismus und in Deutschland BlackRock. Bei Bayer, BASF, E.ON, RWE, Munich Re und Siemens gingen die Chefs im Jahre 2021 mit 60 Jahren ähnlich gepolstert in Frührente. Und die steigenden Einkommen und Renten der Konzernvorstände, mitsamt der von ihnen zu sichernden Gewinne der Aktionäre, hängen mit den sinkenden Arbeitseinkommen und sinkenden Renten der abhängig Beschäftigten zusammen. Je mehr für Vorstände und weitere Manager und Aufsichtsräte und Berater und vor allem für die Aktionäre herausgeholt wird, desto weniger bleibt für die normalen Beschäftigten übrig. Beamte – Stabil steigende Renten Von Bitschi Vigga ebenfalls tabuisiert, die durchschnittliche Rente der 1,4 Mio. Beamtenrentner, auch Pensionäre genannt, beträgt gegenwärtig 3.150 Euro im Bund, 3.340 Euro in den Kommunen und 3.490 Euro bei den Bundesländern. Dabei bestehen große Unterschiede. Oberstudiendirektor über 5.000 Euro, Generäle und Bischöfe über 9.500 Euro. Dagegen beträgt die durchschnittliche Rente der gesetzlich Versicherten gegenwärtig 1.152 Euro. Die gesetzliche Rente beträgt also fast nur ein Drittel der Beamtenpension. Im Vergleich zur Beamtenpension der Bundesländer ist es sogar weniger als ein Drittel. Einen Unterschied zwischen Beamtenpension und gesetzlicher Rente kann man auch an folgendem Beispiel sehen. Ein verbeamteter, einfacher Lehrer mit der Einstufung A13 und mit allen Voraussetzungen bekommt jetzt eine Anfangsrente von 3.138 Euro. Ein Angestellter, nicht verbeamteter Lehrer mit gleicher Tätigkeit und Dauer der Beschäftigung bekommt weniger als die Hälfte, nämlich 1.495 Euro. Der Rentenpensionsunterschied vergrößert sich dadurch, dass Beamte häufig, auch als Ehepaare, sich während des Berufslebens ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung anschaffen konnten oder auch zwei Eigentumswohnungen, so dass sie im Unterschied zu den meisten gesetzlichen Rentnern keine Miete zahlen müssen. Es gibt nicht nur die Dachdecker und die Konzernvorstände, die als besonders arbeitsmäßig Belastete einen früheren Renteneinstieg verdienen. Aber es gibt noch viel mehr für andere systemrelevante Beschäftigte, zum Beispiel für die Bundeswehr, für deren verbeamtete Mitglieder. Berufssoldaten können schon mit 55 Jahren in Rente gehen, Majore mit 59, Oberstleutnanten mit 61, Oberste und Generäle mit 65. Da gibt es auch keine Vorschläge, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Die Rentner entsprechen den schon bei den Beamten genannten Beträgen des sonstigen öffentlichen Dienstes. Die durchschnittliche Rente der Berufssoldaten beträgt zum Beispiel 3.280 Euro. Auch Militärbischöfe und Militärgeistliche sind übrigens Beamte. Sie segnen Panzer für völkerrechtswidrige Kriege wie in Afghanistan. Wie kirchliche Täter und Mittäter des sexuellen Missbrauchs gehören sie dann zu den systemrelevanten Rentnern. Versicherungsfremde Leistungen – nur in der gesetzlichen Rente Die versicherungsfremden Leistungen werden nur den gesetzlichen Rentnern aufgebürdet. Den Rentensystemen der Beamten, Professoren, Manager, Bischöfe und Offiziere und auch den Rentensystemen der privilegierten Selbstständigen wie Apotheker, Ärzte und auch dem Rentensystem der Abgeordneten werden die versicherungsfremden Leistungen nicht aufgebürdet. Es kommt hinzu, dass Beamte und so weiter länger leben und ihre höhere Rente länger beziehen als gesetzlich Versicherte mit ihrer niedrigeren Rente. Beamtete Männer leben nach dem Renteneintritt im Durchschnitt noch 21,5 Jahre, während männliche Arbeitnehmer nach dem Renteneintritt im Durchschnitt nur noch 15,9 Jahre leben und zudem mehr krank sind und einem höheren Pflegerisiko unterliegen. Neutral wissenschaftlich heißt das Lebenserwartungsdiskrepanz. Je früher du in Rente gehen kannst und je höher die Rente ist, desto länger lebst du und dazu lebst du besser und gesünder, was Bitschi Weger, wie am Anfang zitiert, als Stabilität des Konsums bezeichnen. Das asozial feudale Rentenchaos Wie die Renten stabil bleiben? Die nur scheinbar wissenschaftlich gestellte Frage der FAZ ist bewusst falsch gestellt. Denn erstens ist die gesetzliche Rente gar nicht stabil, sondern wird seit 30 Jahren schrittweise abgesenkt, vor allem durch sinkende Arbeitseinkommen. Und zweitens ist diese sinkende Rente schon heute mehrheitlich eine Armutsrente und vor allem für Frauen. Zudem gibt es neben der gesetzlichen Rente der normalen, abhängig Beschäftigten eine ganze Reihe privilegierter Renten. Die Renten der Topmanager, Beamten und Offiziere wurden schon genannt. Daneben bestehen noch die Rentensysteme der kammerfähigen Berufe, der gehobenen, selbstständigen Anwälte, Apotheker, Architekten, Ärzte, Notare, Ingenieure, der Kirchenbeamten und der GmbH-Geschäftsführer, dann noch der Abgeordneten des Bundestags und der Landtage, dann noch die unterschiedlichen Betriebsrenten für den öffentlichen Dienst und für Privatunternehmen und dann noch die Privatrenten für die Riester-Rente, der neuen Renten-Kapitalfonds der Ampelregierung und noch die individuellen BlackRock-ETF-Renten. Dies ist teilweise chaotisch, aber vor allem ein systemisches, asoziales Unrechtssystem wie in Feudalgesellschaften. Mit Demokratie und dem Gleichheitsgrundsatz hat das nichts zu tun. Deshalb sind für ein menschenrechtliches, demokratisches, rechtsstaatliches Rentensystem vor allem folgende Maßnahmen nötig. Erstmals die Anerkennung der Menschenrechtlichen Rentenkonvention Nr. 128 der UNO-ILO. Zweitens die Abschaffung der Niedriglöhnerei und die Erhöhung der Arbeitseinkommen für die Mehrheit der abhängig Beschäftigten, vor allem für Frauen, ebenso entsprechend der einschlägigen ILO-Konventionen. Drittens Rentenbeiträge für zeitweise und dauerhaft Arbeitslose und für die Wanderarbeiter. Viertens die Einbeziehung aller Lohn- und Gehaltsbezieher, also auch der Beamten, Manager, kammerfähigen Berufen, Abgeordneten in ein einheitliches, staatliches Umlagesystem. Fünftens die Herausnahme versicherungsfremder Leistungen aus dem Haushalt der gesetzlichen Rente, um Transparenz und Haushaltsklarheit herzustellen. Die abhängig Beschäftigten haben die Arbeits- und Rentenverarmung seit dem Ende des Sozialismus viel zu lange hingenommen. Viele Kürzungen wurden in Salami-Taktiken versteckt. Die Regierungen und ebenso die uralt Leitmedien, die schon vor und in der Adenauer Zeit der Alt-BRD lizenziert wurden, haben ebenso mitgemacht wie die vorherrschende akademische Wissenschaft. Sie alle strampeln jetzt wie die FAZ-Autorin Bitschi Vigga mit vordergründigen Lügen und Fakes ums eigene Überleben. Ihre Zeit ist spätestens jetzt abgelaufen, eigentlich. Was will die Mehrheit der Beschäftigten und Selbstständigen wirklich? Bitschi, Vigga und Co. verdrängen, verleugnen mit politischen, medialen, wissenschaftlichen Mitteln die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung. 81% der Erwerbstätigen und ebenso 81% der Selbstständigen wollen ein Rentensystem, das Erwerbstätige und auch Selbstständige und Beamte umfasst. 81% lehnen eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters ab. Nur 5% können und wollen sich überhaupt vorstellen, länger als bis 67 zu arbeiten. Und wer länger arbeitet, braucht gute Gesundheit und gute Arbeitsplatzbedingungen. 99% wollen, die Renten müssen Armut verhindern. 83% wollen für die besseren Renten höhere Löhne. Auch 83% der 18- bis 29-Jährigen und 85% der 30- bis 39-Jährigen stimmen diesen Forderungen zu. Die Bundesregierung und die Kapitallobby verdecken mit der Aufrüstung und der Deindustrialisierung wegen des Ukraine-Kriegs sowie mit dem Hype um E-Mobilität und Umwelt alle Fragen der Arbeit und des Sozialen. Deshalb gehören zum Kampf gegen Waffenlieferungen und Aufrüstung für Demokratie und Frieden auch ganz elementar die Kämpfe für die Infrastruktur, der Gesundheit, Bildung, Ausbildung und eben auch für höhere Löhne und für armutsfeste, menschenwürdige Renten. Gerade jetzt. Die Zeitenwende, die Wehrhaftigkeit, die Nachhaltigkeit sehen ganz anders aus, Herr Bundeskanzler. Unter dem Artikel finden Sie insgesamt 19 Fußnoten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020